hier ist die Schlüsse 26 26 Speed Timp 9 49 Power Spirmen also da kann ich wirklich ne Weile mit Skillen ok jetzt zu dem was ich eigentlich machen wollte lasst mich zu dem Brüsch bitte ohne Kampf ohne Kampf ohne Kampf oh es geht da aus lots of things das ist das Schaubius denn das ich krieg wirklich von jedem was geschehen vielen Dank vielen Dank ich rede da mit mir ich hätte mir fast übersehen ich hätte ihn locker gesehen hey we saw the game you guys were great congratulations walk up ah um hey stop loafing around uh 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 the lady summoner and her guardians this mission requires our full attention we've no time to waste understood understood yes ma'am apologies ma'am carry on see keep your head down say sir a lot and you'll do fine right right sir hey yuna even though yevon rejected us we still believe in you that won't ever change thank you sir luzu sir gara but you know it's not too late for you to go back to besaid and we should be going sir so die waren ein lieb ok ob es nicht mit gerechnet alles slow motion wenn wir ich bin aber ansonsten das spiel ist schön um ja das war wahrscheinlich eine von den Aktionen wenn wir denn verloren hätten oder dieses auch doch das ist schlecht gewesen die fischer lassen einen nie im Frieden was soll das ok ach komm ist mir jetzt einfach zu dumm wo ist er hier es kommt nie eine Frostattacke das ist kein Liebmann so wenn jetzt denn Frost kommt keine Ahnung was wo ist nun was an er was er ist er er sonst er 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 Wir haben nur den Sinn geklärt. Aber... ... ich... genug! Ich... Ja, sie ist Juna. Weiter. Was ist da los? Kommt zu Potte. Leise. Hopp. Es ist eine Ehre. Mein Name ist Shalinda. Ich bin ein Geist von Yev. Was war das? Die Crusaders operiert? Du meinst die Gata und Luzu? Ich habe gehört, dass sie die Machina verwendet haben. Ich musste sie stoppen. Huh? Ja? Die benutze Machina ist schließlich verabschiedet von der Yevon-Priestheit. Das ist schlecht, ja? Lass sie mit dem, was sie wollen. Sie werden noch nicht verletzen. Aber es geht nicht um Verletzungen zu verletzen. Die Geisterungen der Yevon müssen sich verletzen. Ja. Aber du verstehst nicht. Ich verstehe. Ich verstehe. Und das ist alles, weil ich nur ein Lowly Acolyte bin. Das sage ich nicht. Ah! Ah! Ich habe nicht selbst eine Summoner für sehr lange. Aber trotzdem. Ich kann mich nicht alle, wenn ich verletze. Die Leute auf mich verletzen. Sie auf uns verletzen. Ja. Ja. Ja, du bist richtig, mein Lieb. Ja. Ja. Ja, du bist richtig, mein Lieb. Ja. 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 Ich weiß gar nicht. Ähm. Ähm. Ne, du kannst mir gerade nichts machen. Nehmen wir kurz Waka. Dann können wir sehen... Ja. Waka ist wieder auf dem Feld. Der auf dem Feld. Wank. Und den Verschenkel. Und mal wieder ein Kampf gewonnen. So ein Zufall. Gott sei Dank. Ähm, wieder Speedster ein bisschen scheißen. Wenn wir jetzt doch eine Sphäre darin finden, dann lach uns. Eyedrops. Okay. Das finde ich gut. Wir kriegen so langsam für jede einzelne Statusänderung. Irgendfalls. Ähm. Ja. Einmal aufs Wetter wahrscheinlich gegen Wendung. Ja, das brauchen wir. Nun. Ich zeige dir, was ich tun kann. Geh an. Eigentlich brauche ich den Kaffee gerade nicht Waka. Also, Entschuldigung, dass du gerade zeigen wolltest, was du kannst. Aber... Hier. Ich glaube, das wäre effektiver. Waren krieg ich den wieder. Wie, da passt nichts. Vielleicht kann ich dir irgendwann mal Röbel und was gebrauchen. Und das Feld war alles. Wahrscheinlich gar nicht. Irgendwie lass ich Kimari gerade komplett aus dem Spiel. Aber mir gefällt der Charakter auch... ... so... Kimari als... ... wirkliche Figur gefällt mir irgendwie nicht so. Ich weiß nicht, mir... ... in der Art und Weise gefällt er einfach nicht. Oh, mir fällt mir auch... ... ich bin mir gesagt, mir fällt schon nicht rumgelaufen. Ich weiß so. Was hier links lang geht. Ähm... Okay. Was gibt's ja schon, was? Die Stadt. Die Stadt. Yay. Okay. Aber das ist in unsere Bedeutung. Ist das ein Problem? Die... Die... Die glauben nicht in Yevon. Und in Luka. Die kidnapped Yuna. Wo waren ihre guardians? Ja. Sie waren nur förderlich über Sie calories. Und ich werde es mal sagen. Ich bin nicht so vetiver. Ich fühle mich jetzt. Mal. Ich bin... Vielleicht treffe ich jetzt endlich mal die, bei der ich am Anfang auf dem Schiff war. Der habe ich immer noch nicht getroffen. Ich schlafe. Sobald ich schlafe. Oder auch nicht. Ich glaube schon nicht. Was haben die denn? Was haben die denn für Items? Grenades. Alles. Was kann ich denn noch verkaufen? Nein, nein. Ich kann natürlich jetzt ein paar von den Slam verkaufen. Ein Gil pro, aber geil. Tja, das kann ich gerade halten. Ähm, wie viel? 200. Ach komm. 1000 Gil? Scheiß drauf. Habe ich welche jetzt auch? Fenix Down. Darf mir auf jeden Fall welche. So, ja. Nein, ich mache jetzt mal 10 Stück. Ähm. Mehr habe ich schon. Heißt, der ist fertig. Ähm, was habt ihr denn für Waffen? Die ich noch nicht habe. Okay, aber ich glaube, das habe ich schon. So, ja. Na, kaufe ich halt. Ich schlafe mich aus. Ähm. Die brauche ich ja wie in Folge. Bisschen Stange, bisschen Reistrike. Perashield. Magic drauf. Ah... 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 Okay, da haben wir halt die ganzen Perlen-Dinger. Vielleicht sollte ich dafür mal welche holen. Du fällst ja keine wirklichen Mädchen angetreten. Ah, äh... Ach, komm, hol ich... Nein, macht's nicht aus. Ah, hol ich... Nein, macht's nicht aus. Ah, hol ich... ...mach nicht aus. Hol ich mit's nicht aus. Hol ich mit's nicht aus. Und... Waki... hol ich mit's nicht aus. Und... Hol ich mit's nicht aus. Ah, so. Schön viel Geld auszugeben. Was machen wir denn jetzt schönes? Ja... Das ist trotzdem toll. Ich kann nicht schlafen. Hä? 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 Wo bin ich hier gerade drin? Hä? Ist irgendwie so ein Display... Lustig. Wie haben wir das auch mal kennengelernt? Ich habe gehört, dass der Proprietor Mr. Rin ist in Al-Bed. Aber ich war sehr glücklich, dass er nichts hat. Ja... Wo ist denn das denn hier? Mr. Rin's shops are all over here. Den kenn ich doch über, ja. They are quite convenient. Ja, gut. Heißt, der Shop sollte ich auch aussuchen. Ah... Ja, toll, solche Arten... Wie bist denn du hier? Ich meine, jetzt den da am Shop... Ach, kann mich schon noch nicht ansprechen. So... Oh doch... Vorne... Ich harte... Scheiß... Raus... Ähh... Ja, dann gibt's ja nicht so viel zu tun. Was ist da los? Oh! Das Sunset war anders aus dem, den ich in Kilika sah. Es war... ...klar... 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 okay watch out to montages pretty Schön. Schön. Es ist sicher. Ich wünsche, dass ich... ... in einem Ort wie dieser... ... friedlich... ... leben mit einem Lachen auf meiner Gesichter jeden Tag. Sie können, nachdem Sie die Sinnen gewinnen. Aber dann... ... ein neues Sinnen wird auch immer sein. Dann können Sie ihn wiederholen. Ich wünsche, dass ich... Hey, Sie können. Man! Trust me! You are the best Summoner out there! Yuna... ...why does Sin always come back? Sin is... ...our punishment for our vanity. And it will not go away until we've atoned. How do we do that? What did we do that was so bad in the first place? Ah! Was it using lots of machina or something? Ah! Ah! Wait! Was that such a bad thing, really? Ah! It's funny. Hä? Hm? Ever since I was young, I never questioned it. But now that you asked me if it is that bad or not... I don't know. Maschinen sind nicht böse, nicht sonst peise. There are so many things I don't know. Well, then we're the same. No. Oh, such thinking is very unbecoming of a Summoner. Sound like Micah? Good for you. Where did Sin? Hahaha! That's not very nice, you know. Haha Hm. Hm-hm-hm. You know... During a game... You have to think of Blitz and nothing else, you know? Okay. Hä? Was ist das für ein Übergang? Hm-hm... Ah... Hä? Was ist jetzt los? You can't think... That's a cute girl in the fifth seat from the right. And... You can't be thinking about where you're gonna go on that date. Because the minute you do... That's when you lose. The fifth from the right. You see... Uh, Yuna... What I mean is... You really shouldn't worry, you know? After we beat Sin... That's when you can worry about the future. I guess... But Yuna... How are you supposed to beat something big like that? What? The final summoning. It's the only way to defeat Sin. The only way. With it, we can call the final Aeon. And that's the goal of the pilgrimage. The faith of the final summoning lies waiting in the far north to greet summoners that complete their pilgrimage. At the world's edge. In Sanarkand. In Sanarkand. Yes. In Sanarkand? What is this? What is this? The ruins of the city destroyed a thousand years ago. ja was bei ihm dann so furchtbar sieben Tage oder sowas gewesen wäre es ist weniger so so 360.000 durch sieben natürlich Du gehst mit uns, zu Zanarkind? Ja, ich geh. Oh Gott, das Anarkind, um es zu sehen, mit meinen eigenen Augen zu sehen. Ich werde auch ziemlich definiert, wenn ich das vor meinen Augen sehe, da dahin geben. Was eben noch so vor ein paar Tagen. Schöne Wendiger, hui, hui. Ich wusste, es könnte nicht mein Zanarkind sein. Aber ich musste sicher sein. Ich wusste nicht mehr, wie ich, diese Kaffee zu sehen. Aber wir müssen sich das hier飾am. Ich wusste, es könnte nicht mein Zanarkind sein.